Was? Nein, nein, Mist geworden. Ey, ich bring euch um, Alter, ich bring euch um. Yo, Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. Ja, Leute, das ist ein ganz, ganz spontanes Video, denn Selim Azat und ich, wir waren gerade beim KFC, Leute, wir haben 1.30 Uhr jetzt. Wir waren beim KFC, Leute, wir haben was gegessen, und dann kommen wir zurück. Ja, diese Weiber. Und wir wussten, die haben irgendwas vor. Und Leute, guckt mal, was sie mit Selim sein Zimmer gemacht haben. Ja, das ist betulgt. Leute, 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 erstmal... Was? Deine Fresse, Junge! Man klaut einfach mein Video. Ich tu dich vor den Posten. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Haltet euch fest, Leute. Man klaut einfach... Ey, die haben einfach alles auf dem Bett gemacht. Man klaut einfach... Jetzt rollt mein Zimmer auf, Mann! Ey, wir rollen... Aber ey! Es ist ein Prank! Aber warum sagen wir das? Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Was macht ihr da, die Girl? Wir haben da ganz viel Herz rein. Guck mal, da hat unser Herz auf dem Boden. Guck mal einfach! Ey, Leute, ich bin gerade mit meinen Jungs essen gewesen. Ich komm rein, guck mal, was Sarah mit mir gemacht hat. Die Prank Erke, mein Zimmer, die sind krank! Oh! Tschüss! Ey, du würdest das so mit Liebe gemacht. Können sie nicht wieder kleben da oben. Siehst du das? Ey, deine Socken, deine Socken! Das sind deine Hose! Hä, wie schnell habt ihr das gemacht? Oha, ihr wart gar nicht so kurz weg. Oha! Wie habt ihr das gemacht? Leute, da sieht man, wie krass Frauen sind. Wie kreativ. Guck mal auf sowas! Dika, wie kommt man auf sowas? Dann der, der eh Bescheid weiß. Ey, bitte hör auf! Das kann man... Guck mal, wie kommt man auf sowas bitte? Damit ihr echt alles aufhängen! Ja! Alter, wie ihr alle klaut einfach dieses Video von mir! Die klaut einfach alle mein Video! Alter, welcher Motherfucker kommt auf den Video und guckt was hier drauf! Leute, vor allem dieses Instagram und dann noch der Fernseher! Das ist ja geil! Ey, aber... Ich hoffe... Und schenkt mich in eurem eigenen Video einfach! Ey, ich hoffe... Ah, was macht jemand? Oh! Klapp! Ich hoffe, Akkus... Ah! Ich hoffe, Akkus nicht alle gerne sehen. Wir haben jetzt was zum Trinken, wo... Oh, da kommt das nicht rein. Also ich hab gerade nicht trinken jetzt? Damit Salo nicht trinkt! Was ist das hier? Was ist das hier? Ach, das... Das ist der Tisch! Ich räum das nicht auf! Boah, Selim, von deinem Laptop und so diese Maus und sowas! Was? Was laberst du? Man macht einfach... Wir haben hier gar nichts auseinandergenommen! Ich schwöre, wir haben nichts auseinandergenommen! Boah! Krass halt! Ey, vor allem da die Kerze, die ist der Burner, Alter! Hey, ich glaub das ist von Dings, ne? Wir haben nichts... kein elektronisches Gerät kaputt gemacht! Guck mal, die Hose, guck mal, die Hose! Ich bitte euch! WTF, ne? Ey, hier sind ja voll viele so Highlights, wo man so richtig... Ja, ich versteh dich! Ey, kennt ihr diese Spiele, wo man Sachen suchen muss? Ja! Um weiterzukommen! Also unten so eine Liste erstellen! So suchen sie! Guck mal, wir haben extra hier so ein schönes Pätschel, so was zum schlafen! Boah, Leute, so was passiert, wo man einfach mal kurz eine halbe Stunde was essen geht, ey! Ja, Frauen, Alter! Alles Frauen! Ja, am besten ihr müsst ihr selber machen! Frauen, Leute, Frauen sind beschweiert! Du darfst das nicht machen! Erst mal hast du selber machen! Ihr seid so eine Frau! Alter, Schick! Komm, mach, mach, mach! Was? Nein! Nein! Missgeboten! Ey, ich schwöre, ich bring euch um, Alter! Ich bring euch um! Leute, Leute! Leute, Leute! Leute, Leute! Ey, Leute, ich würd sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Die haben einfach dein Zimmer auseinandergenommen, die Tatran! Mir hat's nicht gefallen, das Video, Leute, sorry! Gebt ein Daumen hoch trotzdem, Leute! Wir sehen uns, Leute! Macht's gut und haut rein! Sch!